Ganz im Hintergrund sieht man so Felsen. Doch, da sieht man wohl Felsen. Da kann man Felsen sehen. Theoretisch. Wenn es nicht so schlimm wackeln würde hier. Hier auf dem Schiff ist es ganz unscharf. Auf jeden Fall da. Da ganz hinten, da. Da ist das Kap der guten Hoffnung. So sieht es aus. Das war.